Jaja, schlafen wir ruhig schön. Mir muss niemand zujubeln. Warum auch? Bin ja nur ich. Aber hey, noch hat sie sich nicht geheilt. Und sie ist schon fast zu dreiviertel tot. Ja, super. Ja! Gut, das ging daneben. Ich bin begeistert. Ich bin immer noch etwas angespannt. Power Plus. Eindeutig Power Plus. Und Bart-Oben-Powd da mit deiner Power-Romme richtig rein. Sehr guter Plan. Doch, wirklich sehr guter Plan. Mann, ey! Noch ein, zwei Sekunden länger, dann hätte ich noch mal Plus-Drei gehabt. Verdammt. Egal. Los geht's! Das trifft sowieso immer! Yeah! Mann, die Pennerle! Haha! Hättest du wohl gerne, was? Ach, jetzt sind sie wieder wach? Toll! Tolle Wurst, tolle Wurst! Auf, die Stingklaue! Mann! Äh, ja! Uah! Haha! Nur drei, mehr hast du nicht drauf, hä? Nee, das mach ich jetzt nicht. Alter, wir haben sie fast tot! Geiler Scheiß! Ich hab... Verdammte! Mann! Die Arschlöcher! Ich krieg's die platt ohne mich extrem... Einschiffen zu müssen. Ah, du dumme Sau! Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Bitteschön, Barbara, der ist für dich! Oh, Mario, das ist lieb von dir, danke! Ah, wir bestreiten diesen Kampf jetzt gemeinsam bis zum Ende! Das freut mich! Und mich erst, mein Schnucki! Cool! So, jetzt müssen wir mal 20! Alter, langsam nervt's aber! Noch einmal! Alter, jetzt geht's dir aber! Alter, wie geil ist das denn? Ich komm gar nicht hinterher mit den roten Pfeilen! Geil, Alter, geil! Scheiß, was auf unsere Defense! Ey, jetzt gibt's sie! Offensive! BAMS! Boah, zehn, Alter! Wie geil ist das denn? Ja, nochmal! Die letzten KP von Mario auffrischen! Ah, der Drache ist sowas von tot! Boah, ein volles Haus! Bingo! Aha! Loviata ist zwar meine Freude mit dir, aber ich werde dich gleich töten! Nein, das mach ich nicht! Das reicht schon fast völlig aus, Alter! BAM! Gleich hab ich's geschafft, Mari! Ja, Mann! Wenn sie jetzt keinen Scheiß baut... Ja, gewonnen! Geschafft! Ja! 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 Na nun? Konterschlag! Gegner, die Mario angreifen, erleiden ebenfalls Schaden. Der beste Orn im ganzen Spiel. Und wir haben das Spiel durch. Yay, geil! Yeah! Yeah! So, jetzt möchte ich mal kurz was nachschauen. Im Lexikon. Ja, wir haben alle 124 Gegner gescannt. Ja, seht es euch an. Goomba und so weiter. Paragumba, hier, ne? Pixgumba, Hypergumba, Hypragumba, Hysteriegumba, Glumba, Paraglumba, Pix, bla 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 bla. Dann haben wir hier und so weiter. Asskupa, bla bla bla, roter Knochenkupa und all so'n Scheiß. Hier haben wir alles. Bowser. 70, 7, 2. Bla 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 bla. Haben wir hier sonst noch irgendwas nennenswertes? Nein. Fuzzis haben wir hier. Die alte, ey. Der Atombu. Richtig cool. Bla bla bla. Hier ist sonst nichts. Bla 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 Hier, da haben wir hier Aurelius, den Pfeifeneimer. Mega-Club-Bohnen haben wir auch. Zartsch-Trumpel. Und die ersten Orten ist er zu Hause. Cortez. Fluffy. Nein, das ist nicht wert, genannt zu werden. Krookidektor. Krookibot. Schwul. Neo-Krookibot. Schwul. Krookilus. Hammer. Krookius. Arschloch. Brunhilda, die alte Hexe. Roberta. Hey. Und Barbara, du hast deinen eigenen Eintrag immer noch. Nur deine Werte sind eigentlich gestiegen. Und die Königin der Finsternis. 150, 7, 0. Schwächer als Lobbyata. Ha, ha, ha. Blablabla. Langeweile, dann ist hier kein Skelett mehr. Tiefstetage 100. Wir haben es geschafft. Wir haben es endlich geschafft. Yeah. Und das in fast, ja, in über 20 Minuten gegen der Kampf. Alter Finne. Und das ohne, dass ich meine Ohren umdekoriert habe. Das ist unglaublich. Ich wollte eigentlich, ähm, was wollte ich eigentlich wegmachen? Superstar wollte ich wegmachen. Dann wollte ich wegmachen. Den Eispower wollte ich wegmachen. Den wollte ich wegmachen, weil ich die nicht brauche. Also, das Erdbeen wollte ich wegmachen, den Multisprung wollte ich weghaben. Und dann wollte ich nämlich noch, alter, wie viele verbrauchen, ne? Ähm, wo haben wir es? Den wollte ich reinhauen. Es ist Vorsicht geboten. Oh. Ja, das um Ändern hätte auch nicht viel gebracht. Okay. Was soll's? Ach ja, nur Wert hat uns, glaube ich, nichts oder nur einen Sternpunkt gebracht. Nur mal so nebenbei. So wie die Königin halt, ne? BP Plus. Äh. Die brauchen das nicht mehr. Ich möchte mich noch irgendwie hier schützen. Da mache ich jetzt einfach mal, auch wenn ich diesen Spielstand hier nicht mehr spielen werde, werde ich jetzt einfach mal für die Nachwelt festhalten, was ich hier so kann. Äh. Konter. Gehen schon Angriff auf Mauro. Gehen öfters mal daneben. Äh. Ist langweilig. Ich finde, er wird bei Berührung und Musik. Das ist sehr schön. Haben wir noch fünf über. Ja, wie verteilen wir die denn? Ja, hier ist nichts. Da, 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 da. Ja, komm, nehmen wir die wieder rein. Und weil wir ein Superstar sind. So. Noch einmal speichern. Barbara, komm zu mir. Wir haben es geschafft, meine Macaronis. Wir haben Loviatra besiegt. Den letzten Gegner im ganzen Spiel. Ja, geil. Und wir haben das Let's Play abgeschlossen. Hammer. Ich bin... Ich finde es geil. Wir haben das Let's Play durch. Nach über 100 Parts. Alter. Tja, und jetzt werde ich jetzt die Aufnahme endgültig beenden. Die letzte Aufnahme. Und da wir es geschafft haben, den Duell-Kerker zu meistern, gibt es jetzt natürlich den Abspann, den ich gleich hier hinten anfügen werde. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt einfach, ich mache es ganz kurz, glaube ich, in dem Sinne Avriderci, meine kleinen Macaronis. Wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Und in dem Sinne viel Spaß mit dem Abspann. Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020